Willkommen, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 1119 auf der Hot Online Farm. So wir starten! So, die schauen wir. Achso, ich habe Kühle gekauft. Mal ganz kurz was gucken. Ja, mal ganz kurz was gucken. Juppi, wir haben alles raus. Okay. Hier haben wir. Ich habe mir ein Video angeguckt von der Hot. Ist zwar von da. Vielleicht geht es mit dem Fass. Das kann auch sein. Dass es mit diesem Fass nicht geht. Obwohl ich mit dem Fass keine Probleme sonst hatte. Am See ging das nicht. Oh, ich muss weiter rein fahren. Das kann auch sein. Ich gucke nochmal am See. Bei mir, wenn ich Videos gesehen habe, was hieß, am See gibt es Wasser. Habe ich jetzt nichts gefunden, was im Börser ist. Ansonsten habe ich eine Produktion gefunden. Ich habe das mit dem F11. Ich helfe mir. Er cheatet erst mal. Gebe ich zu. Weil ich das Geld für die Wechselbrücke nicht hatte. Ich fahre nochmal zum See. Und gucke dort nochmal an. Aber Ruhe. Ich glaube nicht, dass ich es rausgenommen habe. Das ist halt Online-Team. Das ist halt Online-Team. Oh. Oh. Hier ist noch nichts. Wir waren schon relativ nah dran. Doch, hier geht es. Es geht hier. Es geht hier. Ich muss bis weiter rein. Wasser gefunden. Und gar nicht mehr so weit weg. Das kostet uns immer Platzierbares. Wir hätten uns nur das hier geholt. Aber wenn wir jetzt Wasser gefunden haben, dann geht es so. Wo war es jetzt? Befehlbauer Tanks V2. Öl. Schnee-Schmelz-Anlage. Ölsch-Tank. Ne, das wars nicht. Das sind Ebel-Tanks. Hier war das Glück drin. Hier haben wir einen Wassertank. Da gehen 1 Million Liter rein. Zur Null. Aber wir haben hier erstmal... Hä? Also was so passt. Befüllungsstorten. Habe ich selber R gedrückt? Ich dumm Tödel. Aber kannst du haben. Kannst du haben bei mir. Ich glaube, das ist nicht- accompanyinggene, dass wir hochhebaut ist. Das ist das Einheiten hier. Irgendwann. Wöhm, das ist das Einheiten. Wöhm. 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 Wöhhm. Wöhm. Wöhm. Die Felder sind am wachsenden Co. 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 Gucken wir mal in den vierten kurz rein gucken. Kraftfutter und Gras frisch. Mal gucken, wie weit sind meine Grasfelder? Kann ich da schon eins mähen? 97, das wäre da eigentlich so weit. Das wäre da hinten eigentlich noch ein paar falsche. Da haben wir den Klee frisch, frisch Mais. Ich habe jetzt nichts Geld für ein Feld, wo ich mich aufs Frisch Mais heckseln muss. Da war schon wieder das Problem. Jetzt gucken wir mal bei der BGA. So, jetzt müssen wir mal gucken bei den Balllagern. Wo sind sie denn? Heu? Was ist Heu? Stroh? Silage, Silage, Silage. Luziheu? Ich habe mir gesagt, ich habe Grasballenlager mit dazu gemacht, aber habe ich das falsch in Erinnerung. Gras, Silage, ja ok, Gras. Das ist nämlich ein... Wo haben sie denn das? Silo, ich gucke mal kurz hier rein. So, sagen sie Silo Grasglei. Ja, Silo 5 macht Schka. Ich weiß noch wann hat was dabei ist. 64, 75 K. Das kleinste bis jetzt. 30k wäre von Deine Sackssiegel Uftange 15k wäre in Fünnung Direkt so aus drin habe ich nicht. Ich guck mal hier rein. Kleines Bunker Silo 15k. Großes kostet 10k. Wir machen aber, dass wir jetzt etwas großes machen. Der war doch da. Kuh? Nein, Kuh nicht. Das Bandmähwerk. Oder mähen wir mal richtig. Das hier vorne machen wir hierzu Dingsbums. Und sammeln dann schon mal ein. Bis die Kuh hier voll sind. Und dann mähen wir das schon mal. Gucken wir mal auf der Übersichtskarte. Das geht dann schon wieder los. So. Gehen wir hier rein. Hors. Mäh hin. So. Dann sind wir hier irgendwo. Erst durch kommt. Let's go. So. Attacke. So. Du bist leer. Ja. Und der Rest wird dann gepresst. Und die Knie voll sind. Muss ich mir dann logend. Wann nochmal ein Feld zulegen. Wo ich dann Mais drauf mache. Wo ich dann Mais drauf mache. Ich brüste meist in eine Silo zu stecke. Anders geht es nicht. Okay. Im Wind ist was anderes. Fällt mir nicht ein. Aber wie komme ich mit dem Stud da rein. Mit dem das Ding sehe hoch ist? Das Ding ist sehr hoch. Aber der Menge die die Tiere brauchen, hoffe ich nicht, dass das Ding zu groß ist. Sooo, Deli! Du machst mal Gras für unsere Kühe, da kommen wir nicht auf 80% der Kraftfutter. Können wir das kaufen? Warte mal, BigPacks. Die Kuhfutter ist nicht dabei, habe ich das rausgenommen. Ok, das haben wir rausgenommen. Aber ich muss dann noch mal gucken, was du dann alles brauchst für Kraftfutter. Ich will mir auch nicht ein hässliches Multisilo hinstellen, ich will das irgendwie... so machen, wie wir es jetzt haben. Wenn wir hier mal EZB-Bahn so hinterher fahren müssen, ist es auch egal. Dann ist es so, dann machen wir das so. Ich will das gar nicht, ob ich alles mitnehme, was werden wir sehen. Also gehen wir davon aus, dass wir mal das auch nicht mitnehmen. Jetzt sind wir viel in der Unterdrusser, was dich nicht sehen. Auch nicht so schlimm. Wenn wir hier ein Gras brauchen, dann kann ich den hier nur etwas los schicken, und dann sind wir gut zum Ballenpressen hinterher. War immer ein bisschen stürmig, wenn ich es jetzt mal... Aber sieht eigentlich gut aus von der Höhe. Das Gras lagert auch keiner eigentlich ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das vergammelt ja doch. Das ist aber doch mal ganz ehrlich, Gras gammelt ja doch weg. Das ist fast gut. Wie lief es jetzt? Das wäre wirklich etwas kraftvoller Kühe. Das ist die Frage, wo kann ich kraftvoller Kühe drin ladern? Das ist die Frage, ob ich es nicht so gut ausgesehen habe. Warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Was gab es da? Das sind die Symbole Graskops. Neue Symbole Gras kann ich nur verkaufen? Ich habe auch nicht genug. Das ist die Symbole Graskops. Aber das bringt richtig viel. Das könnte ich auch verkaufen, wenn ich nicht genug hätte. Hopfen. Früher gab es auch die Graskops. Das stimmt auch wieder. Grasbeeren, Gemüseabfälle, Energiepellets. Das ist die Symbole Graskops. Das sind meist Blüschge die Fichten. Die Graskops, ich habe da auch eine Graskopsfabrik. Oder habe ich da was nicht? Oder hier sind die Blüsch wieder anders. Ich komme aber erstmal zur Wende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Euer Jaso. Ich denke, hier Marshulas habe ich gemetwas. Ich kommeoppiele. sch ног. Ich nehme jetzt zur Wende. Ich mache le decrease. Also Stand sí.